Albrecht Altdorfer Auch Albrecht Altdorfer war ein deutscher Maler, Kupferstecher und Baumeister der Renaissance. Er gilt neben Wolfhuber als Hauptmeister der sogenannten Donauschule, einer Stilbewegung entlang der Donau in Bayern und Österreich. Die Künstler der Kunstrichtung sind auch als wilde Maler von der Donau bekannt. Zusammen mit Albrecht Dürer, als dessen Schüler er gilt, wird er als Begründer der Nürnberger Kleinmeister gesehen. Leben Über das Leben des Künstlers ist wenig bekannt. Sein Vater war vermutlich der Regensburger Maler Ulrich Altdorfer. Durch Urkunden ist gesichert, dass Altdorfer am 13. März 1505 die Kasekunden Regensburger Bürgerrecht erwarb. 1517 wurde der angesehene Bürger, der unter anderem für Kaiser Maximilian I. arbeitete, zum Mitglied des Äußeren Rates der Stadt Regensburg gewählt. Unter der Delegation der Ratsherrin, die am 21. Februar 1519 den Regensburger Juden die Ausweisung anordneten, befand sich auch Albrecht Altdorfer. Für die an diesem Ort errichtete Wallfahrtskirche zur Schönmarier sollte er später mehrere Holzschnitte anfertigen, die Kirchenfahne malen und die Ablassbulle illuminieren. 1526 wurde der Künstler Mitglied des Inneren Rates und Stadtbaumeister von Regensburg. In dieser Funktion baute er unter anderem ein Schlachthaus und überarbeitete die Befestigungsanlagen der Stadt. Am 15. September 1528 lehnte er die Wahl zum Bürgermeister ab, um ein wichtiges Werk, wahrscheinlich die Alexander-Schlacht für Herzog Wilhelm IV., von Bayern vollbringen zu können. 1533 findet sich seine Unterschrift als eines von 15 Ratsmitgliedern unter einer Ausschreibung für einen protestantischen Prediger. Als Gesandter der Stadt Regensburg reiste Altdorfer 1535 nach Wien zu Ferdinand I., um ein Entschuldigungsschreiben der Stadt zu überbringen, die wegen eben jener politischen und religiösen Umtriebe in Ungnade gefallen war. Würdigung Die Stadt Wirt an der Donau würdigte sein Schaffen durch die Widmung des Straßen namens Altdorfer Straße. Albrecht Altdorfer schuf neben anderen Bildnissen von Wirt das Gemälde Donau-Landschaft mit Schloss Wirt an der Donau und hatte als Stadtbaumeister von Regensburg beim Umbau von Schloss Wirt an der Donau eine maßgebliche Rolle. In Wien im 10. Bezirk gibt es ebenfalls eine Altdorfer Straße am Wiener Berg in der Nähe der Spinnerin am Kreuz. Der Schriftsteller Hans Watzlick würdigt ihn mit der biografischen Dichtung der Meister von Regensburg. 1998 wurde der Asteroid Altdorfer nach ihm benannt. Ferner ist in Regensburg das sprachlich-humanistische sowie naturwissenschaftlich-technologische Albrecht-Altdorfer-Gymnasium nach ihm benannt. Werke 1506 ist die früheste Jahreszahl, die auf den Zeichnungen und Gemälden Altdorfers erscheint. Von seinen Bildern sind heute besonders zwei Werke bekannt. Der von 1509 bis 1518 entstandene Sebastiansalter von Stift Sankt Florian bei Linz mit seinen dramatisch-manieristischen Szenebildern sowie die Alexanderschlacht, die im Auftrag von Herzog Wilhelm IV. von Bayern entstand. Es zeigt auf einer Größe von 158 mal 120 Zentimeter den Kampf Alexanders des Großen gegen den Perser König Darius in der Schlacht bei Isos 333 v. Chr. Um 1522 entstanden seine ersten reinen Landschaftsgemälde und Zeichnungen. Altdorfer hat in der europäischen Malerei erstmals die Landschaft zum eigentlichen und selbstständigen Bildthema gemacht. Selbst in seinen religiösen Gemälden und Altarbildern waren Menschen nur noch Beiwert zur Landschaftsmalerei. Er erfasste das Licht in glühenden Farben und malte erstmals in der deutschen Kunst Landschaftsbilder ohne Figuren. Von seinen 55 Tafelbildern befinden sich einige im Kunsthistorischen Museum in Wien. 124 Zeichnungen und Entwürfe sind erhalten geblieben. Sein grafisches Werk umfasst etwa 200 Blätter, meist Holzschnitte und Kupferstiche, aber auch einige Radierungen. Ausstellung und Forschung Von Mai bis Oktober 1938 fand in der Münchner Staatsgalerie zum 400. Todestag die Gedächtnisausstellung Albrecht Altdorfer und sein Kreisstadt, die von Ernst Buchner kuratiert wurde. Im amtlichen Katalog sind 56 Gemälde und ca. 270 Zeichnungen, Sticheln, Radierungen und Holzschnitte sowie ein Dutzend Freskenstücke von Altdorfer gelistet. Als kürzlich wiederentdeckte Sensation der sogenannten altdeutschen Tafelmalerei präsentierte man damals Altdorfers Schöne Maria, die in einem Altairrahmen ausgestellt wurde. Letzterer wurde eigens nach der Vorgabe eines entsprechenden Altdorferdrucks gefertigt. In diesem Rahmen befindet sich die Schöne Maria derzeit in der Dauraustellung des Diözesenmuseum Regensburgs. Zum 450. Todesjahr wurden in Berlin und Regensburg Zeichnungen, Deckfarbenmalerei und Druckgrafiken Altdorfers ausgestellt. Im Februar 2011 veranstaltete die Universität Regensburg ein kunstgeschichtliches Symposium mit dem Titel Albrecht Altdorfer. Kunst als zweite Natur Die Ausstellung Fantastische Welten Albrecht Altdorfer und das expressive in der Kunst um 1500 fand von November 2014 bis Februar 2015 im Städelmuseum Frankfurt und von März bis Juni im Kunsthistorischen Museum in Wien statt. Werke Zwei Gegenbilder Flügeltüren von einem kleinen Beialter Die Geburt Christi Die Beschneidung Die Knieende HL Jungfrau Ein Pokal mit seinem Deckel, welcher Letzterer einen Term vorstellet. 1520 1620 1620